willkommen zur show willkommen zum medienkanzler die show jeden dienstag wird tele 5 auseinander genommen und dann kann man schauen was da abgegangen bei der live sendung mit egon hugo balder und seinen gästen zum bleistift danach kommt mrs dingens von frank elstner gesponsert mrs dingens will ins fernsehen ja und dann kommt boom um mitternacht boomer rama ihr dürft euch wirklich geehrt fühlen tele 5 dass der medienkanzler bis halb 1 wach bleibt sich das anschaut notizen macht und dann am dienstag eine sendung und darüber spricht ja er spricht darüber wie blind er doch ist weil er nicht sieht nein nein er schaut sich tele 5 intensiv an ok so aber jetzt ist ja die vorankündigung dass jeden dienstag tele 5 auseinander genommen wird wie waren die sendung die drei genannten so aber jetzt ich hatte einen wunderbaren gast hier einen wunderbaren gast deswegen wird das jetzt hier eingeflochten das wird auch die erste sendung werden und zwar ist das party taxi und chauffeur rula party taxi und chauffeur rula ein taxi um mitternacht ein taxi in der nacht komplett wer dort einsteigt hat ihn dann und er macht richtig musik beziehungsweise er macht nur das radio an musik und alle machen mit ja jetzt sagt er alle stopp dann machen ja die in australien auch das wusste er auch nicht und deswegen werde ich ihn interviewen und mal fragen denn er war er also er hat das gemacht in seinem echten taxi und er sieht natürlich komplett anders aus wie das was die mädels in australien gemacht haben so in der dienstags show wird natürlich nicht nur ein echter gast eingeladen so wie jetzt party taxi und chauffeur rula nee nee oder andere stars und sternchen vielleicht fahren wir sogar mit vielleicht fährt sogar der medienfänger mit mit schauspielern und interviewt die dann in diesem nacht taxi ja da müssen wir auch noch mal gucken so nachtarbeit und nacht zuschlag das ist natürlich teuer ist klar ja ihr seid bei comedy time ihr seid bei comedy time tv und hier geht es nicht nur komisch zu sondern wir sind komisch und werden noch komischer wer das alles ist müsst ihr euch natürlich überraschen lassen ja ich bin der medienkanzler und fordere den joko winterscheidt zum beispiel heraus habe den gast mit dem party taxi und chauffeur ja und natürlich wie gesagt